moin leute was geht hier ist euer geist heute in diesem video möchte ich euch zeigen wie ich ganz easy malikett die schwarze klinge besiegt habe hierfür braucht ihr die imitator tränen asche und dann müsste den talisman fabrieris kummer ausrüsten und wenn ihr dann im boss fight reingeht dann geht erstmal hier zur seite weiter kommt auf euch zugelaufen und beschwert ganz in ruhe eure mimik mit dem talisman so sobald ihr eure mimik beschworen habt leute dann nimmt den talisman bei euch wieder raus weil dann wird der boss nur den mimik fokuss und solange auf distanz bleibt und eure asche näher an dem boss ist als ihr dann wird er auch nicht euch angreifen sondern eure asche ihr könnt jetzt aus der distanz mit eurem fliegen schwarm auf ihn drauf schießen um eure asche von hinten zu unterstützen und wenn ihn dann bei der hälfte des lebens hat dann kommt halt der zweite kampf dann kommt malikett die schwarze klinge und bei dem macht ihr einfach das gleiche leute ihr lasst eure mimik vorlaufen und ihr schießt von der distanz mit eurem fliegen schwarm auf ihn drauf und das macht ihn so lange bis er dann tot ist meiner meinung nach ist das die einfachste methode und falls euch das video geholfen hat und ihr somit den boss besiegen konnte dann schreibt mir doch gerne in die kommentare leute und falls ihr eine bessere möglichkeit kennt könnt ihr es mir auch gerne in die kommentare schreiben und wenn euch das video dann geholfen hat dann würde ich mich gerne über ein kostenloses abo freuen und wenn ihr die glocke aktiviert und in zukunft nichts mehr zu verpassen viel spaß und bis zum nächsten mal